Mein Name ist Hertha von Stiegel, ich bin Vorstandsvorsitzende von ARIA Capital. Wir entwickeln und investieren in saubere und erneuerbare Energieprojekte in Afrika südlich der Sahara. Mit unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaft ARIA Finergy, die schon drei Jahre am Markt tätig ist und eine leitende Position hat, reduzieren wir die unzuverlässige, teure und kohlenstoffbasierte Energieversorgung für unsere Kunden in Ostafrika. Zu unseren Kunden in der Agrarbranche zählen acht große Blumenfarmen in Kenia, inklusive Interplant und Equinox, die Rosen nach Europa exportieren. Diese Unternehmen sind Fairtrade oder MPS-ECAS zertifiziert, das heißt sie setzen sich für Umwelt- und Klimaschutz sowie für geeignete Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter ein. Mit unserem innovativen Solar-Leasing-Modell haben wir unsere Kunden überzeugen können, in Solarenergie zu investieren. Bettervest ist der geeignete Partner, um die Finanzierung eines solchen Geschäftsmodells in Kenia weiter zu ermöglichen. Die zwei größten Hürden für erneuerbare Energie in Afrika sind die Finanzierung von Anlagen sowie Service und Wartung, sobald eine Solaranlage installiert ist. Mit unserem Modell lösen wir beide Probleme für unsere Kunden. Wir sorgen für Finanzierung und kümmern uns um die Wartung, um einen sorgenfreien Betrieb der Anlage sicherzustellen. Interplant und Equinox sind zwei sehr schöne Blumenfarmen in Naiwasha beziehungsweise in Nanyuki und erfolgreiche Familienunternehmen, die über 580 Mitarbeiter, von denen mehr als 50 Prozent Frauen sind. Wir richten diese Finanzierungsrunde auf bettervest.com aus, um die Investition, die wir in zwei Photovoltaiksysteme bei Interplant und Equinox gemacht haben, zu refinanzieren. Die Anlage für Interplant hat eine Kapazität von 65 Kilowatt und wurde im Juni 2018 in Betrieb genommen. Die Anlage für Equinox verfügt über 103 Kilowatt und wurde im Mai 2018 in Betrieb genommen. Beide Anlagen dienen der Versorgung der Kühlhäuser, Bürogebäude und Wasserpumpen. Die gesamte Finanzierungssumme beträgt 173.700 Euro. Die Zurückzahlung erfolgt über fünf Jahre mit einem Zinssatz von sechs Prozent. Wir freuen uns, Sie als Investor begrüßen zu dürfen und stehen Ihnen gerne jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank und auf Wiedersehen.